You, but if you get into the boat, ah, into the boat, into the tunnel, get to the chopper, Aldemar, HD, toll, hey Leute, hier ist der Aldemar, mit Maze, es geht weiter, wir haben jetzt, äh, Zahnräder gefunden, etc., ich dachte, die müssen wir lang, aber das war falsch, wir müssen wieder zu dieser Leiter, jetzt muss ich überlegen, wo die war, wir müssen runter, äh, wir haben zwei Teile von den Zahnrädern gefunden, die müssten reichen, ich hoffe doch, das sieht jetzt zwar nicht so aus, aber, wir werden sehen, so, nein, das war eine Sackgasse, wir haben Kleber, wir haben zwei Teile Zahnräder, wir haben, äh, Vladi auf dem Traktor verloren, er ist weg, ich weiß nicht, wo er hin ist, wir werden es irgendwann rausfinden, auf jeden Fall müssen wir jetzt versuchen, diesen Generator zu starten, und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen, wir haben hier noch so ein, äh, Frame Popcorn Ad, wofür auch immer, weiß man auch nicht, und anderes Zeug, na gut, so, da lang gehen wir, konnten wir auch da lang irgendwie als Abkürzung, Ach, der ist doch hier durchgefahren, oder was, ne, ne, ist er nicht, ist hier irgendwas, der hat ja rückwärts gefahren, da ist, aber ohne Sitz anscheinend, den braucht er nicht, ist unwichtig, okay, wir gehen hier lang, hier war die Tea Party, Ja, schnell aus dem Weg, wer macht denn auch eine Tea Party in einem Durchgang, ja, Maiskolben, Ach, der war vorher nie ein Weg, oder, doch, muss ja, doch, war's, aber es sind, das waren mal lebende Maisdinger, ne, man sieht die Köpfe nicht mehr ausradiert, okay, so, so, hier lang irgendwo, Ich hoffe, ich hoffe, ich laufe richtig, ich laufe jetzt nicht umsonst irgendwie zurück, und da kann ich gar nicht rein, aber muss ja gehen, aber ein Zahnrad in, in der Fassung zu reparieren, ist auch schon ziemlich dämlich, aber es wird schon funktionieren, So, zurück, so, und, 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 siehe da, wir können, nicht zurückgehen, yeah, es hat nicht funktioniert, toll, Ach, ja, ja, wie schön, außerordentlich, hervorragend, das freut mich doch, zusehends, Ah, na gut, zurück, ist ja nicht so, das ist weit, wer, wir müssen nur 3 Millionen Kilometer rennen, yeah, Ah, ah, Libiosa, es ist einfach viel zu weit, Vielleicht im Haus? Irgendwas im Haus machen? Ich meine, wir wären auf dem Dachboden, da können wir nichts kleben, vielleicht im Keller noch, aber da ist nie was Neues aufgetaucht, vielleicht ist Vladi irgendwo langgefahren, wir müssen den scheiß Traktor finden, eigentlich, muss ja irgendwo sein, Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden, das kann nicht sein, wird nie neu was angezeigt, ja, wir können mal in den Keller gehen, aber ich glaube, da ist auch nichts, Wir brauchen nicht da gucken, wo wir vorher schon waren, Entschuldigung, Nein, alte Ma, Vielleicht ist er irgendwo abgebogen, wo vorher noch kein Weg war, ja, und wir finden ihn da, Ah, guck mal, hier sind die Traktorspulen, hier sind er langgefahren, hier rum ist er gefahren, ist er hier ab, komm, wir gehen erst mal nochmal hier gucken, bei dem Windrad, bevor wir weitergehen, kann ja sein, dass wir irgendwas übersehen haben, möglich ist es ja, Möglich ist es ja, Hier ist noch so ein Stein, darauf können wir nichts kleben, Was ist das denn hier? Äh, Ja, hier ist die Boombox, Können wir auch nichts mehr machen, Geh nochmal kurz zurück, Nichts, nichts, Was ist das denn da alles? Steine, immer noch Steine, Nichts, 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 Okay, Ja, dann ist er irgendwo langgefahren, wir müssen gucken, wo der ist, Irgendwo Mutter, ja sein, Der kleine Bloody Bear, So, So, jetzt haben wir hier eine gleiche Abzweigung, wo wir noch nicht waren, So, hier, Sagasse, Sagasse, Oh, Wo bist du denn? Langgefahren, Zum Wasser ist er, Vielleicht, So, Meine Güte, so weit bin ich gelaufen, Oh, Alter, wie weit ist denn das bis zum Wasser? Ja, ist er durch, Alter, Oh Mann ey, so ein Held, Da ist er wieder, Aber erstmal gucken, Was wir sonst noch so finden, Egal, Bloody, What ist das Problem? Stupid thing did job, Next time, You drive! For Pain tank, Huh? Huh? That's it? All this pain and suffering for Vladi, And you push the stupid thing into the water? Why you never say anything? Idiot! You know, It's miracle that Vladi did this, Vladi had no idea what he was doing, Vladi not mechanic, Vladi could barely reach pedals, All for what? Ugh, We should see where that stupid floating thing end up, Probably in place with all the water, Because, Of course it would, Because everything hates Vladi! Vladi is wondering why you decided to help you, But if you get into the boat, Ah, Into the boat! Into the tunnel! Get to the chopper! Okay, Wir fahren Boot, Folgen wahrscheinlich dem Flusslauf, Um zu gucken, Wo das Wasser ankommt. Warum auch immer? Warum auch immer? Ah, Ja, Okay, Oh, Was sollen wir jetzt machen? Oh mein Gott, Wir können was machen! Lower! Ah, Was soll ich denn machen? Ich muss gegen ihn steuern. Ah, Der steuert zurück. Okay, Dann ist mal nach rechts. Ne, Nach links. Zurück. Äh, Move train. Ach, Guck mal, Da oben! Aha, Ich seh. Aha, Was soll das denn jetzt? Ähm, Exit, Okay, Vielleicht können wir noch irgendwas machen hier. Ah, Guck mal! Kann so lange das Zeug, Äh, Place family energy on workbench. Äh, Was? Was soll ich denn so lange machen? Ah, Guck mal, Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ja, Jetzt liegt das da. Okay, Und jetzt Machen wir jetzt mal den Typen weg. So, Hey, Komm noch mal! Na, Willst du da weg? Hä? Ich hab doch da Den Kleber drauf getan. Ah! Ah, Ich dachte, Er klebt fest Und können ihn irgendwie penetrieren Oder misshandeln Oder so. Ja, Das ist doch alles scheiße. Ach, wir brauchen das Propan, um zu schweißen. So. Moment, aber das würde nicht reichen. Man braucht doch auch Sauerstoff und so. Dingens. So, jetzt haben wir das. Das würde zum Schweißen nicht reichen. So, aber egal. Oh mein Gott. Ah ne, wir können nicht... Ich dachte schon, ich habe das gerade gesteuert. Oh mein Gott, wir sind Mechaniker. Das war's. Vladi, jetzt musst du schon wieder da rein. Vladi, du bist schon wieder fixiert, Stupidor. Mach's gut, Vladi, mir. Du bist schon wieder. Stupid idiot makes Vladi do everything. Crawling through. Ah, oh. Idiot should be crawling through stupid. Ah, oh. Stupid virus suffering all this. Ah, putz auf, boy. You done your vessel, you done your loop, you. Vladi had enough. You stupid dumb idiot American garbage. You. Ah. Gut gemacht. Wir haben versucht, was zu reparieren, aber dann nur Gegentritt. Einfach immer nur Gegentreten. Was ist denn hier passiert? Ach, hier war gesperrt oder was? Na gut. So, das haben wir. Wir haben immer noch den Muffin. Seit wann geht es denn hier so runter? Das war doch nie so. Verstehe ich nicht. Ah, doch, war es schon. War es schon. Tut mir leid. So. Jetzt müssten wir alle Räume haben. Nach dieser Maschine waren wir überall. Ich glaube schon. Ne, halt. Es gibt noch eine Richtung oben bei diesem Stromkasten. Da waren wir noch nicht. Und ich glaube sonst... Ja, keine Ahnung. Egal. Ich will jetzt nicht rätseln. So. Wir müssen bestimmt gleich wieder die Leiter hoch. Äh, funktioniere. Donut. Auf. In die Höhe. Ich weiß nicht. Oh, no. What now? Hello. Hello. Good to see you. You did a very good job. Yes. Very good. Danke. What do we do again? Press the button. Wow wee. Yes, that's very nice. We're supposed to send you a message. That's right. Yes, it's very important. What was it again? Do not free our queen. No, that doesn't sound right. Was it do free our queen? Probably. One or the other. Whatever the message was, that button pressing was very impressive. Oh, yes. Very. Oh, well, right. We should probably go. Yes, that would make sense. So what do we do now? Something productive. Another nap? Yes. That's the most productive thing I can think of. The game is, I think, for 10-year-olds made or so. Vladi do not know what worse. Idiot plants? The stupid ugly idiot plant? Or you? No, Vladi no. It is you. Idiot. Oh, yes. Good now. A new path is open to you. It will make you approximately three seconds to see it. Ah, there. Excuse me. So, and now? Okay. Äh, ich drück dafür mal drauf. Ob das so klug war? Hey! Schnelltransport! Flup! Und, äh, hä? Wo bin ich denn jetzt? In der anderen Etage. Das ist der Fahrstuhl. Bob Mackie Tavishon... Blablabla Lobby. Ey, warum ist der mitgekommen? Ich dachte, der mag mich nicht. Everything in this place is so stupid. Ach, nein. Vladi is questioning everything about this adventure. Ah, neue Etage. Neues Glück. Ah, okay. Da können wir nicht lang gehen. Hier ist auch nichts. Okay. Mh, 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 mh. Yes, why not? Another stupid door for Vladi to fix. Idiot. Guck mal, hier ist eine Schiene. Für irgendwas. Er tritt gegen. Los. Zeig mir deine mechanischen Meisterleistungsfähigkeit. So, boy. Vladi know what to do. Just hit stupid thing until... Na gut, das war lustig. Bup, bup. Hey, look. For some applause. The coffee train. Und jetzt? Coffee train. Mach doch irgendwas. Come on. Do something. Coffee Trolley maintenance access. Okay, mal gucken. Auf jeden Fall da. Was haben wir denn hier? Keycard slot. Okay, haben wir nicht. Pressing Q. Stop pressing Q. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Lügen. Alles nur Lügen. So, hier haben... Ach, guck mal. Hier ist dieses Labor. Sehen aus wie so Mini-Cones. Also so Stopp-Dinger. Warn... Warn... Ah, wie heißen die denn nochmal? Warn... P... 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 Oh. Warn... Pylonen. So, jetzt hab ich's. Wir haben nur den Muffin noch. Und ein... Carpet für nichts. Warte, war da irgendwas drunter? Nee. Warn, diese alten Computer. Tonbandaufnahmen. H-Full-Vial. Ein Stein. Biolab-Key. Okay, wir können jetzt ins Biolab. Wir gehen aber erstmal nur nach rechts gucken. Rechts! So, hier rein. Okay, Fop-Slot. Fop. Ist alles kaputt irgendwie. Aber hier ist sowieso alles kaputt. Stop questioning. Wieder was für eine CD und... Security Check. Alles klar. Dann müssen wir jetzt erstmal die Keykarte einstöpseln. Wer hätte das gedacht? Warum bin ich überhaupt andersrum gelaufen? War doch klar, dass da nix ist. So. Sesam öffne dich und so weiter. Oh yeah! Guitar Hero. Kann man hier spielen oder das? Oh nee, was soll das denn hier? Sollten die Maiskörner vielleicht hier lernen? Fingerprint Scanner. Okay, haben wir hier irgendwo... Das ist einfach abgeklebt. Gehen wir hier rein? Ja, ja. Glitterend... Und kleine Steinchen. Schön. So, Leidie spielt jetzt bestimmt. A piano covered with fingerprints. Oh, jetzt brauche ich Klebestreifen oder so. Ich brauche Klebestreifen. Oh mein Gott. Okay. Damit geht nichts, Flutty. Gehen wir aus dem Weg. Da ist Lyriks. Irgendwas anderes. Da ist ein Klebestreifen. Aber wo ist der? Kopfhörer. Guck mal, das ist was rundes. Das geht bestimmt auf. Da kommt die CD raus. Cold Coffee Trolley. Das war Zufall. Ja, und jetzt? Hm. 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 Okay, jetzt gehen wir jetzt mal nochmal hier unten gucken. Was haben wir hier? Glitzer und so einen Scheiß. So, habe ich denn hier auch wirklich alles rausgeholt? Kein Klebestreifen oder so. Irgendwie. Komm, wir gucken erst mal hier am Rand. Keine Schubladen oder so. Nichts Leuchtendes. Nein. Nein. Da auch nicht. Da waren wir drin. Uns hat keiner gesehen, als wir da drin waren. Hier ist auch nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Sticky Notes. Ja, mit dem Sticky Note könnten wir irgendwie... Schau mal da wieder. Ah. Okay, toll. Blut ist schon mal da drin. Warte mal, kann ich nicht irgendwie den Trolley ordern? Hier lang und dann... Was soll ich mit den Trommeln machen? Bloody. Was soll ich mit den Drums? Ach, keine Ahnung. Leute, ich muss hier sowieso erst mal wieder abspeichern. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei... Maze. Das Rätselspiel, was keines ist. Wir drücken einfach nur auf alle Knöpfe und hoffen, dass es irgendwann geht. Und du bist da, Leute. Haut rein. Vergesst nicht, Daumen nach oben, Abo dalassen und so. Kommentar schreiben ist wichtig. YouTube hat momentan einen Knall. Und ich muss euch wieder daran erinnern, weil ihr die Besten seid. Haut rein, Leute. Mua. 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 Bis zum nächsten Mal.